So, wir machen weiter mit den Abschlusseigenschaften kontextfreier Sprachen, aber eigentlich nicht, sondern es geht vielmehr heute um die Nicht-Abschlusseigenschaften kontextfreier Sprachen. Ich hatte ja beim letzten Mal schon erklärt, dass wir bei kontextfreien Sprachen viel weniger Abschlusseigenschaften verfügbar haben als bei regulären Sprachen und insbesondere, dass für einige der Operationen kein Abschluss gilt und das möchte ich heute erklären und nochmal im Detail zeigen. Mein Name ist Markus Krötzsch, willkommen zurück zu dieser kleinen Vorlesungsreihe zu den formalen Sprachen und Automaten an der TU Dresden. Hier steht es, was wir zeigen wollen. Satz, es gibt kontextfreie Sprachen, sodass die folgenden Ausdrücke keine kontextfreien Sprachen sind. Der Schnitt von zwei solchen Sprachen, das Komplement. Und ich möchte mit dem Schnitt beginnen. Und Sie sehen schon, die Art, wie der Satz formuliert ist, sagt, es gibt zumindest einen Fall, in dem das nicht funktioniert. Das heißt, um so etwas zu beweisen, müssen wir lediglich ein geeignetes Beispiel finden. Wir brauchen zwei Sprachen, L1, L2 und müssen zeigen, dass der Schnitt dieser Sprachen nicht kontextfrei ist, obwohl L1 und L2 es waren. Das heißt, wir müssen insbesondere argumentieren, dass das hier nicht kontextfrei ist. Und da sehen wir uns schon vor einem kleinen Problem, denn allzu viele nicht kontextfreie Sprachen haben wir ja gar nicht besprochen bisher, nicht wahr? Das heißt, es ist vielleicht gar nicht so einfach, einen Fall zu finden, bei dem das richtig funktioniert. Welche nicht kontextfreien Sprachen kennen wir also? Was fällt Ihnen da so ein? Haben Sie einige gesehen? Ich hoffe, Sie erinnern sich daran, wenn Sie die Videos hier verfolgt haben, dann sollten Sie zumindest eine kennen. Ja, genau. Diese hier hatten wir. A hoch I, B hoch I, C hoch I für irgendeine Zahl I. Also das heißt, die Wörter, bei denen die Anzahl von A, B und C ist gleiche und in dieser Reihenfolge auftritt, das ist eine Sprache, die nicht kontextfrei ist. Das hatten wir gezeigt mit Hilfe des Pumping Lemmas für kontextfreie Sprachen. Man kann diese Wörter nicht aufpumpen, denn wenn sie lang genug sind, dann wird das Pumpen nur in einem dieser Teile stattfinden und dann die Gesamtzahl durcheinander bringen. Das war die Grundidee. Okay, das können wir also sehen, ist keine kontextfreie Sprache. Das Ziel müsste jetzt sein, Sprachen zu finden, deren Schnitt so aussieht oder so ähnlich. Kennen wir denn kontextfreie Sprachen, die so ähnlich aussehen, die schon fast so aussehen und aber noch nicht ganz und die wir vielleicht als Grundlage nehmen könnten? Hatten wir im letzten Video. Hoffentlich erinnern Sie sich an dieses. Genau. Wir könnten das hier verwenden zum Beispiel. A hoch I, B hoch I, C hoch K. Wobei K eine andere Zahl sein kann als das I. Das heißt, auch hier haben wir die gleiche Reihenfolge von A, B und C, aber wir fordern nicht, dass die Anzahl der Cs noch übereinstimmt mit der Anzahl von As und Bs. Und das ist dann kontextfrei. Okay, und jetzt können wir uns überlegen, wie wir mit solchen Sprachen vielleicht mit Hilfe eines Schnittes diese problematische Sprache hervorbringen können. Schnitte verringern ja immer die Wörter, die in einer Sprache sind. Ja, also wenn Sie den Schnitt von zwei Sprachen bilden, dann enthält der Schnitt nur noch Wörter, die in beiden Seiten vorkamen, also weniger als jedes davon im Normalfall. Und auch hier müssen wir einige Wörter entfernen, wenn wir zu dieser Sprache gelangen wollen. Ja, denn hier gibt es alle möglichen Zahlen K und wir wollen nur die behalten, bei denen die Anzahl von Cs mit der von As und Bs übereinstimmt. Das müssen wir irgendwie mit einem Schnitt konstruieren, aber das können wir dabei nicht verwenden, denn das haben wir ja nicht. Und die Idee ist aber tatsächlich ganz einfach. Wir brauchen auch nicht die gesamte A hoch I, B hoch I, C hoch I Sprache für diesen Schnitt, sondern es reicht, wenn jeweils zwei der Buchstaben die gleiche Anzahl haben. Und das schaffen wir mit kontextfreien Grammatik. Hier schreibe ich mal alle Teile auf, die wir als Hilfe brauchen. Ja, A hoch I, B hoch I ist eine bekannte kontextfreier Sprache. B hoch I, C hoch I ist auch kontextfrei, analog, ich habe bloß die Terminalsymbole geändert. A hoch I ist eine reguläre Sprache, also auch eine kontextfreie und C hoch I ist auch regulär. Das wurde alles zuvor gezeigt. Okay, das ist einfach der Stern angewandt auf A und C, nicht wahr? Okay, das sind erstmal unsere Teile, das ist aber noch nicht das, was wir für L1 und L2 verwenden wollen. Jetzt kombiniere ich diese Teile und zwar mit Konkatenation, denn wir wissen ja, kontextfreie Sprachen sind unter Konkatenation abgeschlossen. Das heißt, wir können die hintereinander hängen. Für meine erste Sprache L1 hänge ich A hoch I, B hoch I vor C hoch I und hier müssen wir aufpassen, die Is sind zwar die gleichen Buchstaben, aber sie werden lokal quantifiziert in den Mengen ausdrücken. Das heißt, ich könnte dieses I hier hinten auch in K umbenennen, wäre immer noch die gleiche Sprache insgesamt gemeint. Hat nichts mit dem vorderen I zu tun. Und was das also ergibt, ist A hoch I, B hoch I, C hoch K. Umgekehrt kann ich auch das A vorne an B hoch I, C hoch I anhängen und Sie sehen, da entsteht A hoch I, B hoch K, C hoch K. Also hier habe ich die Anzahl der Bs und Cs gleich. Hier die Anzahl der A's und B's. Beliebig viele Vorkommen des übrigen Buchstabens sind in beiden Fällen erlaubt. Okay, und jetzt sehen Sie, was passiert, wenn ich diese beiden Sprachen miteinander schneide. Dann haben Sie nur noch Wörter, bei denen wir eine Reihung haben A, B, C, wie es in beiden Sprachen gefordert ist. Und wo die Anzahl von A's gleich der Anzahl von B's ist, so wie es in der ersten Sprache gefordert ist. Und wo zusätzlich die Anzahl von B's gleich der Anzahl von C's ist, so wie es in der zweiten Sprache gefordert ist. Und naja, wenn das alles gilt, dann bedeutet das natürlich, dass die Anzahl von A, B und C gleich ist in diesen Wörtern. Das heißt, Sie haben durch Schnitt diese Sprache erzeugt, die nicht kontextfrei ist und wir sehen keinen Abschluss. Ja, okay, wunderbar. So einfach ist das. Gegenbeispiel gefunden und es bedarf keines Algorithmus oder keiner Konstruktion hier. Es reicht, wenn man einen Fall findet, in dem die Behauptung nicht funktioniert und um so einen Nichtabschluss zu zeigen. Okay, zweiter Fall, Nichtabschluss unter Kompliment. Wie schaffen wir das? Ja, wenn Sie jetzt scharf nachdenken, würden Sie vielleicht sagen, eigentlich haben wir das doch schon, oder? Da muss man doch gar nichts mehr zeigen. Wieso das? Fragen jetzt andere. Wie kann es sein, dass wir das schon haben? Bis jetzt haben wir doch nur Nichtabschluss unter Schnitt. Wir haben aber noch mehr. Wir hatten ja im letzten Video schon Abschluss unter Vereinigung, Konkatenation und Stern. Und wenn all diese Abschlüsse gelten, aber dieser Abschluss nicht, dann sollte auch dieser Abschluss nicht gelten. Warum ist das so? Naja, hier nochmal der Satz. Es gibt eine kontextfreie Sprache L, sodass ihr Kompliment nicht kontextfrei ist. Und jetzt verwenden wir einfach Dinge, die wir schon wissen. Wir nehmen mal an, der Satz wäre falsch. Also wir nehmen an, Typ 2 Sprachen wären unter Kompliment abgeschlossen. Beweis durch Widerspruch. Wir wissen bereits, dass sie unter Vereinigung abgeschlossen sind. Das heißt, sie sind unter Kompliment und unter Vereinigung abgeschlossen unter dieser Annahme. Was kann man damit machen? Naja, Komplimente, Vereinigungen, das kennen Sie aus der Mengenlehre. Der Morgan, nicht wahr? Kann man ja benutzen, um den Schnitt auszudrücken. Der Schnitt zweier Sprachen ist gleich das Kompliment der Vereinigung ihrer Komplimente. Das heißt, wenn all diese Operationen hier nur wieder kontextfreie Sprachen erzeugen, dann muss auch das Gesamtergebnis kontextfrei sein. Das heißt, der Schnitt zweier kontextfreier Sprachen ist dann auch kontextfrei. Das heißt, es folgt, dass Typ 2 Sprachen auch unter Schnitt abgeschlossen sind. Haben wir gerade gezeigt, ist nicht so Widerspruch. Okay, das heißt, wir haben hier mithilfe eines Widerspruchs ganz schnell gezeigt, dass wir keinen Abschluss an dieser Stelle haben. Okay, das heißt, in diesem Fall habe ich nicht mal ein konkretes Beispiel. Ich habe nur gezeigt, dass es zu einem Widerspruch führe, wenn es nicht gelten würde. Das sind immer nicht so schöne Beweise. Oft sind die leicht zu führen oder ein bisschen einfacher zu führen, als wenn man einen konstruktiven Beweis führt, indem man einfach das Gegenteil annimmt und mal schaut, was das dann bedeuten würde. Aber das ist ein bisschen weniger befriedigend und informativ, weil man hier zum Beispiel kein echtes Beispiel dafür sieht, wie so eine problematische Sprache aussehen könnte, für die das Kompliment nicht kontextfrei ist, obwohl die Sprache selbst kontextfrei ist. Dazu werde ich mal noch kommen, haben wir noch eine Folie am Ende darüber. Was wir auch nicht glauben dürfen, ist, dass das allgemein immer so wäre, dass man sagt, wenn das nicht unter Kompliment abgeschlossen ist, dann heißt das einfach, alle Komplimente, die man da bilden könnte, führen zu nicht kontextfreien Sprachen. Das ist natürlich nicht so. Also nicht Abschluss unter Kompliment bedeutet nur, dass es Fälle gibt, in denen das Ergebnis nicht kontextfrei ist. Das heißt nicht, dass in jedem Fall das Ergebnis nicht kontextfrei ist. Also nicht Abschluss unter Schnitt und Kompliment bedeutet nicht, dass Schnitte bzw. Komplimente kontextfreier Sprachen grundsätzlich nicht kontextfrei sein können. Tatsächlich kennen Sie eine Menge Beispiele, in denen die Schnitte und Komplimente auch kontextfrei wären. Zum Beispiel alle regulären Sprachen, nicht wahr? Die sind ja auch kontextfrei und wir wissen, dass sie unter diesen Operationen abgeschlossen sind. Das heißt, sie würden auch wieder kontextfreie Sprachen ergeben, wenn man die Operationen darauf anwendet. Es gibt auch noch andere Sprachen. Das sind nicht nur die regulären, die nicht notwendigerweise aus der Sprachfamilie der Kontextfreien herausführen, wenn man solche Operationen anwendet. Hier ist ein Beispiel dafür. Das Kompliment der nicht regulären Sprache a hoch i, b hoch i über dem Alphabet a, b ist die Vereinigung von drei Sprachen. Die erste Sprache, die Sprache, das drückt aus, dass die Reihenfolge von a und b irgendwann missachtet wird. Also, dass es irgendeine Zeichenkette gibt, bei der ein b vor einem a vorkommt und sonst irgendetwas anderes. Wenn das der Fall ist, ist es offenbar, so ein Wort ist niemals in der Sprache. Das ist eine Möglichkeit, wie man das verletzen kann. Und die anderen Möglichkeiten sind, dass man ein oder mehr a's vor einem Wort mit gleich vielen a's und b's stehen hat. Dann hätte man mehr a's als b's. Die dritte Möglichkeit ist, dass man ein oder mehr b's nach einem Wort mit gleich vielen a's und b's stehen hat. Dann hätte man zu viele b's. Okay. Und das sind alle Möglichkeiten. Also, diese drei Fälle sind die drei Fälle, in denen wir nicht in dieser Sprache liegen. Und alle diese drei Fälle sind kontextfrei. Die erste Sprache ist sogar regulär. Das sieht man schon an der Art, wie ich sie aufgeschrieben habe. Und die zweite und dritte Sprache sind zumindest kontextfrei, denn sie sind die Konkordination einer regulären und einer kontextfreien Sprache. Okay. Das heißt, wir haben hier eine Vereinigung. Die Vereinigung ist auch wieder kontextfrei. Das haben wir auch gezeigt. Und das heißt, hier ist die Sprache ebenso kontextfrei wie das Komplement der Sprache. Obwohl all das nicht regulär ist. Okay. Sie sehen also, es gibt viele Fälle, in denen die Sprachen, in denen die Operation uns trotzdem noch in der Sprachfamilie lassen. Und es ist dann schon interessant zu fragen, ja, gibt es denn auch mal einen konkreten Fall, in dem man sehen kann, dass man nicht mehr in der Sprache ist. Also für Schnitt habe ich es Ihnen ja gezeigt, aber wie sieht es denn bei Komplement aus? Und das können wir uns jetzt überlegen. Der Widerspruchsbeweis gibt uns tatsächlich einen Hinweis auf ein konkretes Beispiel, was man konstruieren kann, obwohl er selbst kein Beispiel verwendet. Und zwar haben wir ja ein konkretes Beispiel für den Schnitt gehabt. Und wir wissen, der Widerspruchsbeweis würde zeigen, dass der Schnitt kontextfrei ist, mithilfe anderer Operationen. Unter anderem mit der Komplement-Operation. Also wir hatten diese Sprachen L1 und L2 mit diesem a hoch i, b hoch i, c hoch k und a hoch i, b hoch k, c hoch k. Und wir wissen, der Schnitt ist nicht kontextfrei. Und wir wissen auch, die duporganischen Gesetze gelten natürlich, der Schnitt ist gleich diesem Ausdruck. Das heißt, dieser Ausdruck ist auch nicht kontextfrei. Und dieser Ausdruck ist ein Komplement. Das heißt, wir können jetzt mal schauen, ob vielleicht das, was hier unter dem Komplement-Strich steht, selbst kontextfrei ist. Wenn das so ist, dann ist das ein Beispiel für eine kontextfreie Sprache, deren Komplement nicht mehr kontextfrei ist. Das hoffen wir hier an der Stelle natürlich. Gut, diesen Ausdruck, der hier drunter steht, muss man sich jetzt überlegen, was der eigentlich genau bedeutet. Also nicht L1 vereinigt mit nicht L2. Das habe ich Ihnen hier mal aufgeschrieben. Da gibt es viele Fälle. Die Idee, wie ich hier vorgehe, ist genauso wie in dem Beispiel gerade eben. Ich überlege mir einfach alle Möglichkeiten oder alle möglichen Gründe dafür, dass ein Wort in dieser Sprache liegt und bilde eine große Vereinigung für diese verschiedenen Fälle. Zum einen gibt es allgemein den Fall, dass die Reihenfolge a, b, c, wie sie in beiden Sprachen gefordert wird, nicht erfüllt ist. Dann ist ein Wort nicht in dieser Vereinigung drin. Oder besser gesagt, dann ist ein Wort in dieser Vereinigung. Dann ist es in beiden Sprachen nicht enthalten. Wie kann ich das darstellen? Das ist genauso wie gerade eben. Das sind beliebige Wörter aus a, b und c, in denen irgendwo entweder b, a vorkommt oder c, a oder c, b. Wenn diese Folge irgendwo auftritt, dann ist die Reihung vermischt und wir haben also kein Wort in L1 und auch kein Wort in L2. Die anderen Möglichkeiten sind spezifisch für L1 und L2. Und das ist so ähnlich wie in dem Beispiel gerade eben. Ich könnte entweder ein Wort haben, was zwar die richtige Reihenfolge hat, aber nicht in L1 liegt, weil die Anzahl der a's zu groß ist im Vergleich zur Anzahl der b's. Das kann ich so darstellen, dass ich sage, ich habe ein oder mehr a's vor a hoch i, b hoch i vor beliebig vielen c's. Die Alternative ist, es könnte sein, die Anzahl der b's ist zu hoch. Dann hätte ich ein oder mehr b's nach a hoch i, b hoch i und am Ende folgen wieder beliebig viele c's. Das ist also, diese ersten drei Anstriche hier definieren alle Wörter, die nicht in L1 liegen. Und der erste und der vierte und fünfte Anstrich zusammen analog definieren die Wörter, die nicht in L2 liegen. Da mache ich genau das Gleiche, wie ich hier schon mal getan habe, nur mit b und c anstatt mit a und b. Okay, das heißt, wir haben hier wieder fünf kontextfreie Sprachen, deren Vereinigung das ist. Und das bedeutet, diese Vereinigungssprache hier ist kontextfrei und ist also ein konkretes Beispiel für eine kontextfreie Sprache, deren Komplement nicht mehr kontextfrei ist. Das ist genau, und das ist also, das ist mit anderen Worten die Komplementsprache von a hoch i, b hoch i, c hoch i. Auch ganz interessant vielleicht, sich mal zu überlegen, wie die aussehen müsste. Und, okay, gut, das war alles. Damit haben wir gesehen, welche Operationen uns keinen Abschluss geben. Und wir haben konkret gesehen, wie das im Einzelfall, wo das im Einzelfall schief geht. Und haben Beispiele gesehen, die vielleicht auch ganz instruktiv sind. Das war es damit für die kontextfreien Abschlusseigenschaften. Ich schulde Ihnen immer noch ein Berechnungsmodell für kontextfreie Sprachen. Ja, eine Art von Automaten wäre ganz nett. Das kommt als nächstes. Und irgendwann wollen wir natürlich auch in Richtung Typ 1 und Typ 0 weitergehen in diesen Videos. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank.